Seinen Tod inszenierte der Tatverdächtige wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Er setzte eine Puppe auf einem aufgelassenen Stützpunkt der russischen Armee etwas westlich von Budapest in einen Steinkreis, dann zündete der Antifa-Aktivist sie an und erhängte sich nach diesem Ritual neben dem Feuer. Wenige Stunden zuvor, so berichtet die ungarische Webzeitung MetropolHU, konnte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung 70.000 Dateien mit Bildern sexuell missbrauchter Kinder bei dem Linksextremisten sicherstellen. Unter diesen beschlagnahmten Materialien waren auch mindestens 300 Videos, die einen besonders grausamen und brutalen Missbrauch von Kindern unter zwölf Jahren zeigten, zitierten ungarische Medien die Ermittler. Ein Großteil dieser Videos soll in der Wohnung der Lebensgefährtin des Täters gedreht worden sein. Ebenso schockierend wie die abscheulichen Verbrechen. Dieser Tatverdächtige, ein in Ungarn bekannter Linksextremist, lebte monatelang zwischen uns in Österreich. Die ungarischen Ermittler stellten fest, dass der Antifa-Aktivist in einem Szenecafé in Österreich gearbeitet haben soll. Eine offizielle Bestätigung ist noch ausständig. Dieses Lokal gilt als Treffpunkt der Linksextremismus-Szene. Auch deutsche Extremisten seien dort von der Exekutive observiert worden. Alleine die Anzahl der nun in Ungarn sichergestellten Dateien mit sexuell missbrauchten Kindern erinnert an einen anderen großen Kinderporno-Kriminalfall. Auch der links der politischen Mitte einzuordnende österreichische Ex-Burgtheater-Schauspieler Florian Teichtmeister sammelte nicht weniger als 58.000 derartiger Dateien. Selbst Wochen nach der ersten Prozessverschiebung ist kein neuer Gerichtstermin bekannt. Interessant sind auch die politischen Verbindungen des ungarischen Tatverdächtigen, die nun von Metropol HU aufgedeckt worden sind. Der Linksextremist soll auch Mitglied der berüchtigten Hammerbande einer linksextremen Schläger-Truppe gewesen sein, die Touristen in Budapest angegriffen und schwer verletzt hat. Außerdem soll er gute Kontakte zu einem ebenfalls bekannten ungarischen Parlamentsabgeordneten gehabt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017